Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema gehen Array. Was sind Arrays, wie sind diese aufgebaut und vor allem wie können wir sie später in unserer Programmierung nutzen. Das möchte ich euch jetzt zuerst zeigen und gefolgt dann von einem kleinen Praxisbeispiel, wo wir dann ein Array auch einfach mal anwenden. Was ist überhaupt ein Array? Dazu springen wir hier einmal in diesem Beispielprojekt in den schon von mir angelegten Datenbaustein und gehen hier direkt einmal auf Datentypen. Nämlich ein Array anzulegen ist relativ simpel. Wir gehen auf Datentypen und sehen dann hier im zweiten Eintrag von oben steht schon Array. Das Ganze wählen wir einfach einmal aus, einmal auf Enter gedrückt und schon haben wir ein Array angelegt. Ja, aber was ist jetzt ein Array? Ein Array selber ist eine Datenstruktur, und zwar eine Datenstruktur von einem gewissen Datentyp. Datentypen kennt man schon oder kennen wir schon entsprechend. Das gibt es bool, int, real, vort. Da gibt es diverse Datentypen und ich kann im Prinzip zu jedem Datentyp ein Array anlegen, also eine Datenstruktur anlegen. Ich öffne dazu jetzt hier einmal dieses Dialogfenster dazu. Ihr könnt das Ganze sonst aber auch hier oben immer so reinschreiben direkt. Ihr müsst das nicht über das Dialogfenster machen, aber das erklärt so ein bisschen noch. Erstmal der Datentyp. Und zwar, da möchte ich hier einmal die Datentyp int nehmen, denn ein ganz klassisches Beispiel dafür für ein Array ist, ihr wollt zum Beispiel jetzt von einem Analogeingang einfach Messwerte speichern. Und zwar, ihr wollt jetzt jede Sekunde einmal diesen Analogwert, den ihr da messt, einfach in einer Variable speichern. Und nicht immer in derselben Variable speichern, sondern ihr wollt nachher, wie gesagt, schön 100 Punkte hintereinander haben. Und sonst war es jetzt so, dann werdet ihr hingegangen und hättet 100 int Variablen angelegt. Hätte sie dann wahrscheinlich einfach Messwert 1, 2, 3, 4 und so weiter genannt. Das Ganze geht aber dann viel, viel schneller, indem wir halt diese Datenstruktur, also ein Array nutzen, vom Datentyp int. Jetzt möchte ich zum Beispiel 100 Variablen davon anlegen. Dann gehe ich hin und lege die Array-Grenzen von 0 bis 99 fest. Denn das Array fängt immer an, bei 0 zu zählen. Und wenn ich 100 Stück haben möchte, brauche ich also nur bis 99 gehen. Sage jetzt einmal OK. Und schon habe ich 100 int Variablen angelegt. Das sehen wir hier, indem ich das Array einmal öffne. Und ich möchte bei dem Beispiel von Messwerten bleiben. Ich nenne das Ganze einfach Messwert. Schon habt ihr 100 int Variablen. Wir können jetzt hier in der Liste entsprechend runtergehen. Und ihr seht in den Zahlen dahinter von 0 bis 99. Zahlen dahinter sind dann sozusagen die Indexnummern. Denn diese Datenstruktur, dort bekommt jeder Eintrag, also jede einzelne Variable, eine Indexnummer oder man kann sich das vorstellen wie eine Adresse. Nämlich eine Adressnummer. Weil ich möchte innerhalb der Datenstruktur jede einzelne Variable auch wiederfinden. Denn ich möchte sie ja vielleicht beschreiben oder halt auslesen. Deswegen muss ich sie auch irgendwie adressieren oder wie gesagt mit so einer Indexnummer versehen. Somit kann ich also später ganz explizit sagen, ich möchte jetzt aus dieser Datenstruktur den Messwert hier 25 haben. Dann kann ich diesen Wert zum Beispiel direkt auslesen oder auch beschreiben. Das ist erstmal der grundlegende Aufbau von einem Array. Also wie gesagt, seine Datenstruktur von einem entsprechenden Datentypen. Ich könnte jetzt hier nicht sagen, ich möchte die erste Hälfte Intvariablen und in der zweiten Hälfte Realvariablen haben. Das geht nicht. Das funktioniert immer nur mit einem Datentyp. Okay, das ist erstmal so gesehen ein eindimensionales Array. Das ist so der Begriff dazu. Denn wir haben hier eine Dimension. Das bezieht sich immer so ein bisschen, kann man sich merken, wie auf einem Koordinatensystem. Ihr habt eine X- und eine Y-Achse. Jetzt ein eindimensionales Koordinatensystem. Ihr hättet also nur die X- oder Y-Achse. Es gibt nämlich zum Beispiel auch mehrdimensionale Arrays. Das möchte ich hier auch von der Schreibweise her einmal zeigen. Da kann ich einmal das Ganze hier aufrufen. Und in dem Beispiel hier sieht man das Ganze auch schon. Für ein zweidimensionales Array muss ich da hinten nochmal einen Wert anlegen von entsprechend einem Komma getrennt. Das sage ich jetzt mal schön nochmal. Von 0 bis 99. Da könnt ihr jetzt aber auch, wie gesagt, auch andere zwei beliebige Zahlen eintragen. Argument da. Und schon habe ich ein zweidimensionales Array angelegt. Wir sehen jetzt schon, dass für jede int-Variable, also für jede einzelne Variable, jetzt hier entsprechende zwei Index-Einträge, also zwei Adressen vorhanden sind. Denn jetzt habe ich ein zweidimensionales Array, denn ich habe jetzt wie auf meinem Koordinatensystem eine X- und eine Y-Achse. Dieser Messwert selber befindet sich jetzt an dem Punkt 0,0, also X,0 und Y,0. Das ist so. Damit kann man sich das am besten deutlich machen. Der nächste Messwert liegt dann zum Beispiel bei 0 und 1 und so weiter und so fort. Deswegen kommt jetzt zum Beispiel hier, auf der einen Achse sind wir bei der Zeit bei 0, auf der anderen Achse gehen wir jetzt bis 99 hoch. Bis dann halt hier das Anzahl hier um 1 hochgezählt wird und wieder bis 99 geht. Und natürlich auch hier im Sehen, das sind natürlich deutlich mehr Variablen jetzt hier unten einfach bei 99, 99 irgendwann landen. Und das ist dann, wie gesagt, dort kann man dann so entsprechend die Arrays anpassen. Ich glaube, es sind bis maximal sechs Dimensionen möglich. Aber um jetzt im ganz klassischen Beispiel zu bleiben, wir nutzen unser eindimensionales Array, denn wir wollen einfach nur Messwerte speichern. Wie man mehrdimensionale Arrays dann noch nutzen und beschreiben kann, soll dann nochmal Teil eines späteren Videos werden. Für das entsprechende Praxisbeispiel nutzen wir jetzt entsprechend, wie ich schon erwähnt habe, die Programmiersprache SCL, denn ich möchte einen Ringspeicher anlegen. Was ist ein Ringspeicher? Letztendlich ist das nur eine Art Speicherprinzip. Unser Speicher selber ist ja unser Array, dort habe ich ja gerade meine Messwerte entsprechend angelegt. Und der Ringspeicher ist jetzt einfach nur oder arbeitet wie folgt. Wir beschreiben oben einfach die erste Variable, dann die zweite, dann die dritte und die vierte und die fünfte, bis wir unten bei der hundertsten Variable ankommen. Und wenn wir an der hundertsten Variable angekommen sind, bringen wir wieder oben zur ersten Variable und beschreiben den damit. Somit kann ich zum Beispiel, wenn ich diesen Ringspeicher einmal die Sekunde aufrufe, Messwerte für 100 Sekunden speichern. Und nach 100 Sekunden fange ich ja wieder bei der ältesten Variable an und fange dann an, die zu überschreiben. Und bis ich dann nach 100 Sekunden wieder meinen Speicher voll habe. So kann man zum Beispiel so ein ganz einfaches Data-Logging aufbauen. Wenn man einfach für sich selber oder für seine Anwendung entsprechend, wie gesagt, eine gewisse Anzahl an Messwerten einfach speichern möchte, um sich einfach für später wieder auszulesen, kann man da so eine Data-Logging-Funktion relativ einfach selber umsetzen. Wir nutzen jetzt, wie gesagt, hier jetzt SCL und ich möchte jetzt einfach zeigen, wie schnell und wie einfach man damit einen Ringspeicher programmieren kann. Als allererstes, von der Schreibweise her, wir haben ja unseren Datenbaustein, der Daten heißt, Punkt. Und jetzt sehe ich auch schon mein Array hier unten. Ich kann hier oben in dem ersten Eintrag das ganze Array auswählen. Ich kann auch ein ganzes Array von A nach B kopieren. Aber ich möchte ja natürlich jetzt einen einzelnen Messpunkt haben. Das ist das mit den Klammern dahinter. Und jetzt sagt ihr natürlich, okay, was ist hier drin? Und erstmal, was möchte ich überhaupt speichern? Und da habe ich hier einfach nur im Main-OB einfach eine Anweisung. Die findet man hier unter Erweiterte Anweisung, Datum, Uhrzeit. Diese liest einfach nur die aktuelle Systemzeit meiner SPS aus. Das liegt hier einfach aus dieser Variable raus. Das Datenformat ist dabei DTL. Das ist dann einfach dieses Datum-Time-Format. Da steht einfach das aktuelle Datum und die Zeit drin, wie das Format aufgebaut ist und wie man damit arbeiten kann. Ist jetzt erstmal im Prinzip für uns egal. Es steht auf jeden Fall einfach Datum und Uhrzeit drin. Und das möchte ich gerne haben. Und wie man hier gesehen hat, die Variable ist clock.out. Das ist einfach der andere Datenbaustein hier. Gehen wir uns hier rein. Und jetzt ist es so, jetzt möchte ich als erstes Jahr meine erste Variable innerhalb des Arrays beschreiben. Also könnte ich jetzt hingehen und eine 0 hier eintragen. Und damit wäre das Ganze dann auch schon eigentlich fertig. Weil ich schreibe jetzt hier einfach meine Uhrzeit in die erste Variable von meinem Array. Warum das Ganze jetzt hier noch rot unterstrichen ist. Ach ja, natürlich. Sehr klassisch viel. Ich habe hier int-Variablen angelegt und ich möchte eine Uhrzeit speichern. Das sieht man dann hier auch. Wunderbarer Fehler. Lässt sich bei dem Array natürlich jetzt super einfach umsetzen. Habt ihr jetzt 100 int-Variablen händisch angelegt. Müsstet ihr die allesamt jetzt umändern. Ich würde jetzt einfach hier hinschreiben. DTL bitte. Und habt ihr euer Array entsprechend angepasst. Und schon habe ich hier kein Problem mehr. Gut. Also, die 0 ist natürlich jetzt konstant. Und ich möchte natürlich in dem nächsten Schritt, also im nächsten Aufruf dieses Ringspeichers jetzt entsprechend hier um 1 hochzählen. Also gehe ich hin, Datenbaustein, lege mir eine Variable hier einfach an. Die nenne ich einfach Count oder Zähler, wie auch immer. Datentype Array, sondern einfach int. Ich möchte einfach nur von 0 bis 99 hochzählen, um entsprechend dort jede einzelne Variable einmal beschrieben zu haben. Gehe ich jetzt hin, Datenpunkt. Count. Einmal auswählen. Denn ihr könnt, je nachdem, auf welche Variable ihr zeigen wollt, hier auch einfach eine Variable entsprechend nutzen. Gehen wir danach hin, wenn wir das entsprechend beschrieben haben, müssen wir den Zähler, also unsere Count-Variable, einfach um 1 hochzählen. Das können wir wie folgt machen. Einfach Daten. Count. Plus 1. Und somit würden wir jetzt einfach hier in den Baustein reinspringen. Daten.count steht am Anfang auf 0. Wir fangen also bei 0 an, schreiben die Uhrzeit da rein, gehen hier 1 weiter, zählen Daten.count um 1 hoch. Im nächsten Durchlauf steht dann hier eine 1 drin und so weiter und so fort. Natürlich müssen wir jetzt hingehen und das Ganze bei 99 stoppen und dann wieder bei 0 anfangen. Also gehen wir hin und nehmen eine If-Anweisung. Da klicken wir einfach hier direkt drauf. Das schreibe ich jetzt in die Hand. Sage wenn. Jetzt eine Bedingung aufstellen. Daten.count. Count. Größer 99. Dann soll folgendes passieren. Dann setze ich meinen Daten.count, also den entsprechenden Zähler, Daten.count, auf 0, um wieder bei vorne zu beginnen. Das 1-Semikon brauchen wir nicht. Und damit ist mein Ringspeicher im Prinzip schon fertig. Habe ich hier einfach wieder bei 0 anfangen bis 99 und danach hier hochzähle. Jetzt möchte ich das Ganze noch in diesem 1-Sekunden-Takt umsetzen, damit wir uns das ein bisschen besser anschauen können. Und da habe ich hier den Cycling Interrupt. Das ist einfach ein Weck-Alarm-OB, der meine Programmbearbeitung, die zyklische Programmbearbeitung des OB1 in einem festen Zeittakt unterbricht. Und der Zeittakt ist hier auf 1000 Millisekunden, also eine Sekunde eingestellt. Und ich gehe jetzt hin und rufe diese Ringspeicher-Funktion einmal die Sekunde innerhalb des Cyclic Interrupts auf. Ich muss mal eben schnell gucken. Oh, der steht hier nämlich noch im OB1 drin. Und damit war es das auch. Jetzt lade ich das Ganze einmal in die Simulation und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Und nachdem das Ganze dann in die Simulation geladen wurde und wir hier entsprechend online verbunden sind, rufe ich einmal hier meinen Datenbaustein auf und setze die Brille auf. Dann öffnen wir. Wir sehen ja auch schon, schön, wie unsere Count-Variable schon hochzählt. Natürlich haben wir jetzt schon ein paar Daten reingeschrieben. Wir sehen, dass das Ganze hier in einem Sekunden-Takt halt einfach hochläuft. Und wir sehen, wie hier, dort stehen Datum, Uhrzeit entsprechend drin. Und wir müssten, wenn ich schnell genug runterscrolle, auch noch sehen können, wie er das Ganze hier gleich beschreibt. Und da sehen wir, je nach Count-Variable, also welche entsprechende Index-Stelle oder Adresse ich gerade zeige, schreiben wir hier unser Array langsam voll. Bis wir dann entsprechend bei 99 gleich angekommen sind. Und dann geht es von oben wieder los. Und dann müssten wir, oh, da kommt auch schon das Dialogfenster von der Simulation mal, auch da mal so ein bisschen. So, und jetzt fangen wir mal oben wieder an. Jetzt müssen wir gleich wieder von vorne anfangen zu überschreiben. Und da kommen wir auch schon und sehen auch schon, hier unten sind wir noch bei entsprechend 15, 53, 29, 8, 27 und hier sind wir entsprechend schon ein Stückchen weiter. So, das ist also die, ähm, der Ringspeicher oder die Praxisanwendung zu dem Ringspeicher. Wir können uns hier das Ganze auch noch mal einmal mit der Brille anschauen. Wir sehen auch hier verschiedene Dinge. Der Count, das Ergebnis, klar, ist aktuell noch nicht nur bei 90, deswegen ist die Verweise nicht abgearbeitet, sonst wird das Ganze auf jeden Fall wieder zurückgesetzt werden. Aber wir haben ja schon gesehen, dass wenn wir in dem Array einfach durchfahren, das Ganze auch von vorne wieder beginnt. Das ist dann das entsprechende Video jetzt zum Thema Array. In einem weiteren Video möchte ich dir dann ganz gerne zeigen, wie wir diesen Ringspeicher hier noch etwas, ja, komfortabler programmieren. Diese Funktion selber könnt ihr natürlich jetzt so jederzeit nachprogrammieren und solche Ringspeichergeschichten kommen halt auch immer mal wieder vor. Und da möchte ich das Ganze wirklich als eine bibliotheksfähige Anweisung schreiben. Denn es ist jetzt ja so, ihr verweist hier direkt auf einen globalen Datenbaustein. Der müsstet ihr dann immer mitkopieren, wenn ihr das in einem anderen Projekt verwenden wollt. Das hat jetzt hier keine sehr flexible Größe. Das heißt, ändert sich hier mein Array, will ich mal 1000 Messwerte mitschreiben, müsste ich jedes Mal hier was umprogrammieren. Und ich möchte das Ganze entsprechend so flexibel gestalten, dass man das wirklich frei in jedem Programm verwenden kann. Und das einfach dann man von außen über die Bausteinschnittstelle entsprechend dort die Daten rein- und rausschreibt. Das wird dann Teil eines weiteren, ja, Praxisvideos oder Praxisteilvideos werden. Eine Sache möchte ich aber dann trotzdem noch kurz ansprechen. Und zwar, diese Geschichte, die wir hier machen, lässt sich sonst aber prinzipiell mit einer Zählschleife erledigen, weil dies ist eine Zählschleife, die ja wie hier einfach auch immer nur in jedem Durchlauf hochzählt und auch mit so einer Count-Variable arbeitet. Wenn ich die jetzt hier anlege, die Vorschleife, muss ich hier auch einen Counter anlegen mit Start und End-Count. Dann kann ich diese Counter-Variable der Vorschleife auch genauso verwenden wie hier. Andere Variante, denn diese habe ich in dem SCL-Video einmal angesprochen, bei den Vorschleifen, weil die relativ häufig dann in Verbindung zum Beispiel mit Arrays verwendet wird. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.